Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Die sogenannten Follower Dungeons werden ein relativ großes oder prominentes oder wie auch immer Feature von Patch 10.2.5, der nächste Woche bzw. übernächste Woche, heute ist ja nur Sonntag, erscheint. Wir wollen uns in diesem Video mal anschauen, wie das Ganze funktioniert, denn dazu gibt es inzwischen von Icy Veins einen Beitrag. Die haben das Ganze auf dem PTR angetestet und kurz zur Info, wer das Ganze nicht verfolgt hat, ich habe ja schon ein paar Videos dazu gemacht. Wenn ihr da übrigens nichts verpassen wollt, sehr, sehr gerne den Kanal abonnieren. Damit unterstützt ihr mich auch bestmöglichst und ansonsten auch gerne auf Insta reinschauen. Link in der Videobeschreibung, da gibt es im Moment ein cooles Gewinnspiel, Sachen im Wert von 150 Euro. Aber wie gesagt, haben wir uns schon mal angeguckt. Heißt letzten Endes, ihr könnt die acht originalen Dragonflight Dungeons mit NPCs laufen. Heißt, mindestens ein Part in eurer Gruppe wird durch einen NPC aufgefüllt. Bedeutet, ihr könnt diese Dungeons mit ein bis vier Spielern spielen. Also entweder ihr macht es alleine oder mit zwei Freunden oder wie ihr Bock habt. Die Rolle, die ihr dabei ausfüllt, ist komplett Bums. Ihr könnt, wenn ihr zu viert seid, drei DDs und ein Heiler sein, dann macht NPC Tank. Ihr könnt Tank, Heiler und DD sein, dann sind die beiden NPCs DDs. Wenn ihr nur DDs seid, werden Tank und Heiler von den NPCs aufgefüllt. Also ich denke, ihr wisst, in welche Richtung das geht. Die NPCs füllen einfach die Slots auf, die ihr nicht besitzt aktuell in eurer Gruppe. Und tatsächlich werdet ihr euch über die ganze Geschichte über den Dungeon Finder anmelden können. Das seht ihr hier. Bedeutet, ihr wählt Dungeon Finder aus und in dem Dropdown-Menü dann Follower Dungeons. Da könnt ihr dann theoretisch alle auswählen. Also wir haben Rubin Lebensbecken, Angriff der Nokut, Brackenfell, was weiß ich, Hallene Infusionen, Akademie von Algetar, Neltarus, Azublaues Gewölbe und Uldaman, Vermächtnis von Tür. Oder ihr könnt auch, wenn ihr wollt, einen dieser Dungeons einzeln auswählen. Dann klickt ihr auf Find Group. Und dadurch, dass der Bums ja mit NPCs aufgefüllt wird, habt ihr in der Theorie auch keine Wartezeit. Weil selbst wenn ihr alleine anmeldet, werden ja die restlichen vier Spots aufgefüllt. Von daher, das ist ganz nett. Wir werden uns das Feature natürlich dann auch mal angucken, wenn es da ist, auf meinem Zweitkanal allerdings. Link auch in der Videobeschreibung, wenn ihr da auch folgen möchtet. Letzten Endes, das ganze Feature soll jetzt nicht dienen, dass ihr alleine Dungeons machen und damit euch mythisches Gear holen könnt, sondern es richtet sich vor allem an neue Spieler, die damit die Dungeons kennenlernen sollen. Einzigen Kritikpunkt, den ich damit hätte, wäre die Tatsache, es würde eigentlich mehr Sinn machen, wären in diesen Follower-Dungeons auch noch entweder nur die oder zusätzlich die aktuellen Dungeons aus der Mythisch-Plus-Rotation drin. Weil ich persönlich finde, ja, wer vielleicht neu ist und erst diese Dungeons läuft, macht sich jetzt um M-Plus noch nicht so super viele Gedanken. Aber es soll ja letzten Endes auch darum gehen, dass die Leute ohne Stress Dungeons kennenlernen können, Mechaniken kennenlernen können und so weiter und so fort. Klar, das ist schon mal viel, viel besser als nichts. Und nicht falsch verstehen. Ich finde das Feature richtig, richtig gut. Auch wenn ich nicht die Zielgruppe bin, aber ich denke, es ist eine gute Sache, dass Leute so in ihrem eigenen Tempo lernen können. Aber in meinen Augen will man ja damit eigentlich die Leute an Dungeons heranführen. Und wenn du hier nur Dungeons drin hast, also, letzten Endes, keiner von denen ist in der aktuellen Mythisch-Plus-Rotation. Also die lernen dann aktuell Dungeons, die fürs Endgame absolut irrelevant sind. Und das ist halt was, wo ich vielleicht sagen würde, okay, das könnte man noch mal überdenken. Aber das Feature steht ja erst ganz zu Beginn, ähm, ist ja noch in den Kinderschuhen. Ihr kommt dann in den Dungeon rein und seht dann hier, es steht ein Magier-Tisch bereits. Da könnt ihr euch noch mal auffüllen. Plus, ähm, stehen dann schon eure NPCs am Start und so weiter und so fort. Dann gibt es eine sogenannte Dungeon-Assistance, was ebenfalls ziemlich, ziemlich cool ist. Das ist ein Buff, wie ihr hier seht. Und das wird dann, ähm, durch so ein Knöpfchen ausgelöst. Wenn ihr das Ding drückt, sorgt das dafür, dass die NPCs in eurer Gruppe quasi vorgehen. Also dann bestimmen die das Tempo. Ähm, das muss man dann halt mal abwarten, wie gut oder schlecht das läuft. Aber das zum Beispiel, wenn ihr gar keine Ahnung habt, was in dem Dungeon passiert, drückt das Knöpfchen und die NPCs machen die Arbeit und ihr könnt ihnen ganz einfach hinterherlaufen. Oder aber, ihr macht das aus, dann, ähm, ja, hören sie damit auf, vorne wegzulaufen. Und ihr seid quasi Anführer. Ähm, das Ganze funktioniert auf normaler Schwierigkeitsstufe. Also weder HC noch mythisch heißt, ihr kriegt 421er Item-Level aus den Dungeons. Das sieht man dann auch noch mal hier. Also das funktioniert ganz normal wie aus den Normal-Dungeons. Ist dann auf Item-Level 421 das Ganze gedönst und müsste sich bis 437 aufwerten lassen. Also es ist jetzt nichts, was euch komplett übermächtig macht. Und ich glaube, das reicht auch noch nicht mal, um den LFR anzumelden. Aber für normale Spieler vollkommen ausreichend. Und, ähm, wie gesagt, der Modus ist nicht dafür gedacht, dass man sich super schnell Equip holt oder sonstiges irgendwas. Ähm, gleichzeitig lassen sich mit diesen Follower-Dungeons, ähm, Quests abschließend. Dungeon-Quests, das ist theoretisch auch ganz cool. Klar sind die Belohnungen jetzt auch nicht so gut, aber zum Beispiel, ihr habt das hier oben gesehen, ihr könnt diese Follower-Dungeons auch von Level 60 an auswählen. Das ist vielleicht insofern interessant, wenn ihr jemand seid, zum Beispiel so wie ich, der nicht gerne questet und ich level immer über Dungeons eigentlich. Meistens über Timewalking, aber ist ja wurscht. Das wäre zum Beispiel auch definitiv ein Test wert, wenn man das auswählt zum Leveln. Man kann die Quests nebenbei mitnehmen. Plus, als erfahrener Spieler macht ihr einfach aus, dass die NPCs die Führung übernehmen. Und dann müsste man halt mal gucken, wie schnell man da durchschießt. Also, weiß ich nicht, wenn die halbwegs vernünftig sind, ihr habt keine Wartezeiten, auch nicht als CD für Dungeon-Queues, könnt gleichzeitig Quests abschließen. Also, könnte sogar sein, dass das, ähm, eine durchaus angenehme Abwechslung zum Leveln ist. Müsste man, ähm, mal testen. Letzten Endes hat, ähm, Icy Veins das Ganze getestet und geschrieben, dass tatsächlich das Verhalten der KI ziemlich, ziemlich gut sein soll. Ähm, hier wurde jetzt nur als Beispiel genannt, was ich gelesen hab, wenn ihr als DD zum Beispiel die Akro zieht, ähm, oder als Stoff wie Akro zieht, irgendwie sowas war es genannt, geht ein NPC dazwischen und tauntet euch den Mob weg, also dass ihr nicht sterbt. Also, sie sollen angeblich ganz gut sein, sagen wir es so. Ich will es noch nicht zu sehr loben, ohne es getestet zu haben. Wenn ich mich an die KI aus der Rauferei Kinderspiele erinnere, die ist jetzt nicht gut. Ähm, scheinbar ist das Ganze hier etwas besser gelöst. Und ebenfalls interessant, wenn ihr mitten im Run euren Speck wechselt, beispielsweise, ihr seid als DD drinne, dann machen ja die anderen, oder machen die NPCs Tankheiler und die anderen zwei DD Specks und ihr wechselt dann auf Tank um, dann swappt quasi einer der NPCs auf DD und ihr könnt nahtlos weitermachen. Also, alles in allem klingt das für mich ziemlich, ziemlich gut umgesetzt. Es klingt nach einem sehr interessanten Feature und ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze dann spielen wird. Damit, danke an euch fürs Zusehen, schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video, habt eine gute Zeit und reingehauen.